Als sicher seid solltet ihr es tun solltet es nicht tun macht es einfach Jungs würde mich mega freuen ich freue mich wirklich über jede Eingesendete über jeden eingesendeten Hier ist vielleicht noch mal der link chat okay damit ihr wisst wo ihr es hinschicken müsst könnt ihr euch vielleicht abspeichern wenn ihr wollt Ich muss kurz mit den subs abcatchen holy shit seit die dank für die zwei studio dank für die vier king kong neuer sub ihren bruder hobby gamer max 25 dollar sub papa in den chat bros mr obergeil die 6 royal den sub summit die 2 was geht da bros whatsapp lu dann für die acht man schon das Achtemal statt dv den abo button gedrückt er passiert mir auch immer die crazy shit Crazy shit ich wollte wenige auch schon seit vier monaten d verloren aber ich komme immer auf den scheiß abo button super crazy die sind aber auch Wie findest du die 300-wörter-challenge von lillano Typ ist so unangenehm also jetzt nicht auf die Oh man Er denkt ihr wer rapperschiene sondern Egal Kapp voller codeine und bitches die cooks den ich hustle für geld meine crew und die rolli ich seh ne kopien von lillano die labern doch fragen wer ist tante emma Ich fick die bitch auf der xanax sie edit mich nach stadt für camfax Gibt ihr einen haken wie airmex lillano wer ist dieser alec sie fragen mich kennst du die salome meinst du die bein die mo blasen geht Ananas weil sie für lano steht king weil ich stadt scheine starte zähl Lano der beste die ananas steht für mein leben mich nur für mein squad sie mein ich wäre so anders als sie nur weil ich keine regeln befolgt Frag mich nicht was mit mir los ist er nur zuvor hat meine sehne gekocht Lano ich komme und schäppel respekt was du flexe mit zähnen aufs gold Guck mal die bitch hat ne egekneit Guck doch die bitch ja sie bläst mir ein Gib mir die zen und ich nehme zwei Sober pass nicht in mein leben rein Kaut mir ne vvs kette und date dein mädchen weil sie mich gern hätte Ich merke im antreffen schon sie macht auf teuer wie apple doch dir gibt's die friend weil ich schäppel Und du jetzt die ex bist Und du jetzt die ex bist Was ist mit dem counter bro Welcher autist hat diese dinge Nein Er ist nicht hingegangen und hat einfach den counter von einem anderen rapper genommen oder Geil Oh mein god alter Digga du musst einfach nur Von 1 bis 300 hochzählen Digga das sind scheiß primäre ja Wenn man der voll bastard ist und jede einzelne Digga ach ne Oh god Bruder sauer im premiere vielleicht Maximal Wenn man der übelste bastard ist Ne stunde Maximal Oh god Das ist mit absicht meinst du Okay 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 mag sein Keine Ahnung man ich weiß nicht was ich über den denken soll Danke für den Star bro viel viel dank man man Äh pinsel frisur am Start Bro wie gesagt Die sind nicht gestylt aber die seiten sind wieder Amk Auf 6mm digga Aber die Haare sind halt wie gesagt luftgetäulert und sehen aus wie ein Stück scheiß Aber es geht wieder alles als frisur durch jungs Feels good man Wir haben nicht mehr den Müllsack Let's go Max danke wo die zwei Ich hab dich beim battle mies auseinander nehmen Max denke mal dran bro Ähm du bist mein neuer äh mein neuer cutter Ich bezahl dich Okay Max da draußen gibt's tausende Leute ja Die deinen Platz gerne hätten Okay Max also wenn du mich zu hat auseinander nimmst bro dann knallt Okay Dann gibt's äh Dann gibt's die Kündigung schneller als die Kündigung aussprechen kannst Hehehe 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 Spass bro ich brauch dich okay Hehehe Ohne dich würde mein YouTube Channel nie laufen Danke Yo äh Für die zwei was haben wir denn hier Zeige mal her und zeige Das Mietzapp Niemand hat mich für diese Challenge nominiert Hehehe Feels bad man bro Hehehe Hehehe Feels bad man Niemand hat mich für diese Challenge nominiert Hehehe 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 Rezo 326 Worte In einer Minute Gönnt euch Damn son Where'd you find this Yeah Ermein Uh 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 Alter das ist einmal zu dem Zap man ich baller perfekt in dein Head Man und ficke die Rapper die meinen sie könne mich in einem Bettlis entwicklen Doch die kommen niemals an das Level meine das Handy geh mir aus dem Weg Hamburger Rap Ganz lust hat Tracks dann die ganzen Penner machen wieder Banken und Dracks Doch danach kling ich Blobs denn ich hab mal fast der Stöpfel dieser Schwarmkopf gerappt Was willst du machen? Ich kille deine Family Zerstöre meine Hände mich so baller dir ein Brett vor den Kopf Herklau und koch deine Raps sind gefloppt ich bin Chef und du kotzt Ich ficke deine Pfannen auf dem Wohnzimmer tisch und du stellst dich davor vor das Sofa und nix Das ist Hamburger Rap volle Non mach du Bitch weil ich schonungslust ist was du oder gefick Keine Kinder wollen an mein Level aber können nicht so rappen Digga ich bin in den Genen gedobt Werde euch mal kurz eliminieren Kinder kann sich doch verstecken Digga ich bin für die Szene zu dopt Ey ich erklär dir mal was weil du beide bist ja komm mal lieber nicht in meine Gegend Denn wir lassen dich nicht leben das ist haste meine Wehne kommen wir damit nicht in VK Es gibt keinen der so flow Kein der so rappt ihr seid alle perfekt doch für mich seid ihr Dreck Latt den Ballermann jetzt geh mit Gunn ins Geschäft das ist anders als Rap Latt die Pumpkin und Treff Latt auf das mega geile Neuner Kaliber Baller auf YouTuber die jetzt meinen Sie können rappen Doch leider aussehen wie Deppern die ganzen Versuchen zu rappen Doch wenn ich komme lauf und sie sind in alle Eben um erleben denn ich werde sie erlegen Jetzt hab ich ganz cool aber ich finde Double Time einfach wack Ich weiß es ist das heftigste aber ich finde es einfach wack Gib nicht einen Song in meiner Playlist wo ich Double Time drin habe Den ich geil finde Also Yo Ey Alde Mach mal was zu essen Die Olle ist da Jungs Ach Gott jetzt ist der Tag im Arsch Was haben wir hier und zeige ich schon mal her Hey Oh 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 Warte ganz kurz Visible da ruft kurz jemand an Ja Damn son Where'd you find this 2013 Wie geht's dir Bro als hätte Monte diesen komischen Telefonjog erfunden ich hab das noch nie bei Monte gesehen alter Der Telefonjog ist so alt wie meine Mutter Der Telefonjog ist so alt wie meine Mutter Der Telefonjog ist so alt wie die Mutter meiner Mutter meiner Mutter Bro Und die kenn ich nicht mal okay Wie geht's dir Ja 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 Da sind ein paar Leute aus... Ich weiß nicht, ob du den kennst, auf jeden Fall. Also nicht persönlich, aber auch, ja. Aber Papa Platte auch, auch. Das ein oder andere Mal, ne Maschine. Warum, warum, warum wurde dieses... Auch, das ein oder andere Mal, ne Maschine. Warum wurde das hier eingefügt? Geil. F4 plus das Link in der Letter. Papa Platte auch, auch. Das ein oder andere Mal, ne Maschine. Hahaha, Omega Lul. Omega Lul. Hahaha, funny, haha. Ähm, yo. die zehn monate waren und du kleiner go 32 kleiner go 32 der gute sie müssen wir doch eine fucking warnung geben ich sollte meine eigenen beats machen dann könnte ich auch dieses intro entsprechen das ist so gut ich glaube das ist das coolste daran ein beatmaker zu sein und dann kommt der bieter wenn ihr sagt ihr könnt das schneller wenn ihr seid ihr könnt auch schneller muss los ich hasse damit so sehr es ist ein ich hasse es so sehr mann ich hasse double time Nein, Digga, kann ich mir nicht geben, ne, es tiltet mich einfach nach 10 Sekunden, es tiltet mich einfach, sorry, man Ich find's einfach nicht geil, es tut mir wirklich leid, Bro Jungs, äh, bitte keine Links mehr, ha ha ha, ihr seid Top-Tonator Lisi, ich weiß nicht, ob die fucking Memo angekommen ist und was ist mit diesem Bit passiert Nach Popeyes Link check ich keinen Link mehr aus, außer Chat, ihr seid top, die Jungs Weil, hat folgenden Grund, Jungs, ihr denkt jetzt vielleicht, ah Kevin, der Sello, der Bastard, ich fick den, amker Nein, Chat, es geht hier nicht um das Geld, es geht darum, dass wir endlich mit dem Gameplay anfangen können Okay, Chat, mein Fokus in diesem Stream ist auf dem Gameplay und nicht auf irgendwelche fuck-ass Randomlings, die ihr eh schon niedergesehen habt Okay, Jungs, habt ihr das verstanden? Maus Klicken Rechte Maustaste Man, ich muss unbedingt einen ASMR-Channel machen, Digga, das scheint ein mega viel Fan zu sein Und da soll ich auch tun, hört sich mal an, ist das ein paar Tage, das scheint ein bisschen zu sein, das scheint ein bisschen zu sein, das ist einfach ein bisschen zu sein, das könnte man das schon klingt? Vielen Dank.